Hey, hattest du heute einen schlechten Tag? Okay, ich bin heute hier, damit es dir ein bisschen besser geht und du dich auch wieder besser fühlen kannst. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich hoffe, du kannst dann ganz entspannt. Einschlafen. Okay, sehr gut. Ich weiß, du hast öfters mal dieses beklemmende Gefühl in der Brust, oder? Ja, mir geht's da leider. Ganz genauso und wir sind nicht alleine. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen es ähnlich geht. Und ich möchte dir heute gerne etwas zeigen, das dir vielleicht sehr, sehr gut helfen könnte. Und mir tut es das auf alle Fälle. Ich habe dir dieses Öl schon des Öfteren gezeigt. Und zwar ist das das CBD-Öl von Hanfguflüster. Dieses Öl hat sich wirklich zu meinem Lifesaver entwickelt und ich kann nicht mehr ohne. Sei es, wenn ich wieder mal Einschlafprobleme habe, wenn ich wieder diese komischen Gefühle in meinem Brustkorb bekomme, die mich nicht atmen lassen. Oder generell bei allen kleinen Bibelchen. Ich liebe, liebe, liebe es und möchte es nicht mehr missen. Ich habe hier das 10-prozentige Öl. Und je nach Situation trage ich ungefähr 5 Tropfen unter meiner Zunge. Und es dauert nicht lange, bis die Schmerzen, seien es jetzt Kopfschmerzen oder Unterleidsschmerzen, sofort weg sind. Und ja, ich gebe dir das einfach mal mit. Du kannst dir das Öl auch sehr, sehr gerne selbst bestellen. Es gibt so, so viele tolle Produkte auf der Seite von Hanfguflüster. Und mit dem Code WISPERWIN gibt es 15% auf alles ohne Mindestbestellwert. Wenn du etwas um 50 Euro bestellst, bekommst du 20%. Und es gibt auch eine coole Verlosung. Unter allen Leuten, die jetzt im März mit dem Code WISPERWIN bestellen, verlosen wir gemeinsam eine CBD-Bestseller-Set. Das sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Also, gönnt euch oder du dir sehr, sehr gerne dieses Öl. Ich gebe dir das mal mit. Da ist leider nicht mehr viel drin. Ich bekomme aber bald wieder ein neues, ca. 31ml Öl. Also, da hat man länger was davon. Also, ja, ich lege dir das mal daher. Und jetzt, 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 jetzt würde ich sagen, wir werden mal diese Gefühle, die dich manchmal beherrschen, ein bisschen verdrängen. Okay? Gut. Ich werde jetzt einmal streichen, 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 streichen. Wenn du möchtest, kannst du einmal ganz tief durchatmen. Okay. Und dann, nicht einmal, okay? Sehr, sehr gut. Das geht jetzt, das gemacht. Fühlst du denn schon eine leichte Erleiterung in deiner Brust? Okay. Gut. Damit es dir aber noch besser geht, werden wir eine kleine Meditation machen, die du dir einfach immer wieder verinnerlichen kannst, wenn du wieder mal so ein Gefühl hast, dass dich zu übermannern scheint. Und ich glaube, das wird dir sehr, sehr gut tun. Okay. Gut. Dann schließe einmal ganz kurz die Augen. Die Augen. Die Augen. Sehr gut. Lass uns jetzt mal auf die Reise gehen. Und zwar die Reise hin zu deinem Herzen. Zu deinem Herzen. Zu deinem Herzen. Stell dir vor deinem inneren Auge vor. Wieder ein wunderschöner Sitz. Langsam. Aber im Takt. Vor sich hin. Auf. Oft gibt es diese Situationen, die uns zum Strahlen bringen, oder man denkt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich möchte nicht mehr. Aber wir verinnerlichen uns jetzt, dass wir immer wieder an unser schlagen das Herz denken, das uns durch die Welt trägt, das uns Kraft schenkt, uns Halt gibt, uns Mut macht und uns am Leben hält. Popo. 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 Also, vergiss nie, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Es gibt so, so viele Menschen, denen du für dich bist. Und eben auch deinem Herzen. Popo. 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 Also, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird, dann hör in dich hinein. Mach dich auf dem Weg und auf die Reise zu deinem Herzen. Und verinner dich ja, dass alles gut wird und gut. Denn, Popo. 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 Dein Herz wird nämlich immer für dich schlagen. und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Davon bin ich ganz, ganz, ganz fest überzeugt. Und vielleicht müssen wir uns einfach noch ein bisschen, ein bisschen gedulden. Aber man kann sich ja auch oft einfach schon das Schöne quasi visualisieren. Und das mache ich sehr, sehr oft. Denn das hilft mir auch in schwierigen Situationen. Denn nach jeden schweren Wegen kommen auch wieder gute. Und momentan geht's uns ja alle nicht besonders. Vor allem sind wir also sehr in unserer Freiheit eingeschränkt. Mir hilft es dabei sehr, wenn ich mir wieder diese Freiheit visualisiere. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Aber das war ein Geschenk von Dori. Und dann sehe ich mir immer diese kleine Flasche mit dem Sand und den Muscheln aus Bulgarien an. Und irgendwie, ja, wird's dann wieder leichter. Weil ich weiß, irgendwann ist es vorbei. Es wird wieder gut. Und, ja, deswegen kannst du dir auch sehr, sehr gerne einen Gegenstand oder, ich weiß nicht, irgendetwas, das dir besonders wichtig ist. Und dann kannst du das zur Hand nehmen und visualisiere das als deinen Gegenstand. Zieh ihn dir an und halte inne. Und, ja, halte einfach fest, dass es wieder besser wird. Und, ja, halte nicht mehr. Aber hat das natürlich auch gute Geräusche. Kannst du mal ganz nah zeigen. Findest du schon mit dir? Ja. Ja, ist das. Das sind Aspergallien. Also, verinnerliche wirklich sehr, sehr gerne, dass es dir bald wieder besser gehen wird. Okay. 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 Gut. Natürlich möchte ich es dir gerne noch etwas leichter machen. Und ich habe hier ein kleines Schüsselchen. Und dann habe ich ganz wenig Mutmach-Creme. Die Samutmach-Creme würde ich gerne auf dein Gesicht auftragen, wenn du darauf Lust hast. Okay. Okay. Gut. Ich werde es nur noch mal ein bisschen abgerühren. Okay. Okay. Gut. So, ein bisschen. Ein bisschen zu viel. Okay. Ein bisschen vielleicht auch auf den Nasenspitzen. 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 Okay. Ja. Gut. Jetzt machen wir das mal zur Seite. Und wenn es mir manchmal nicht gut gehe. Ja. Da erinnere ich mich auch noch gerne an Situationen, die mir richtig gut getan haben. Und wenn die Kinder noch klein machen, darf ich ihnen immer das Lied von Ashley Little Baby vorgesungen oder gesund. Und das mache ich jetzt auch oft noch, wenn es ihnen nicht so gut geht und vielleicht, ja, vielleicht gefällt es auch dir. Ja. Okay. Ja. 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 Um, um, um. Dann gut, gut in der Hand. Slavf russ. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020